Er wünscht sich einen sogenannten Fast-Track für die Hot-Wears-Root-Card. Jetzt am Wort ist der Sozialspeicher der Grünen, Markus Kotzer. Zu dem ich reden will, schon noch kurze Anmerkungen zu der Stamm-Saison-E-Frage. Liebe Freundinnen der Sozialdemokratie, ich bin, glaube ich, 20 Jahre hindurch in Gremien des Gewerkschaftsbundes gesetzt. Und ich habe dort sehr viel erlebt in Zeiten großer Koalitionen, wo die Sozialdemokratie an der Regierung war, wo Sachen, die heute von dieser Regierung beschlossen wurden, damals keiner Kommentierung auch nur ansatzweise würdig waren, wo aber heute bei allem, was hier passiert, der Teufel an die Wand gemalt wird. Und ich habe hier schon einmal einen Ordnungsruf bekommen für etwas, was ich genannt habe, und darum nenne ich es jetzt nicht mehr so. Aber diese Stamm-Saison-Regelung, die wir jetzt umsetzen, ist ziemlich wortident im Jahr 2012 umgesetzt worden. Ziemlich wortident im Jahr 2012. Damals waren 1.800 Stamm-Saison-E-Frage betroffen, die die Möglichkeit gehabt haben, das zu machen. Es war ein sozialdemokratischer Arbeits- und Sozialminister, es hat damals keine Empörung gegeben, es hat damals kein Geschrei gegeben, es haben damals keine Befürchtungen gegeben, und es waren ein paar wenige Hundert, die das in Anspruch genommen haben. Das heißt, es tut mir leid, soziale Katastrophe abgesagt. Im Gegenteil, das, was hier passiert, ist eine Stärkung von genau diesen Arbeitnehmerinnen, die vermutlich zu denjenigen gehen, die die geringsten Rechte in diesem Land haben, weil sie endlich ihren Job auswählen können, ihren Arbeitgeber ausrufen können, noch in der gleichen Branche, die die besseren Arbeitsbedingungen und die besseren Einkommen auch anbieten. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin für jede Unterstützung und für die Stärkung von jedem Arbeitnehmer, und Arbeitnehmerinnen haben mir recht, egal, ob sie aus dem Inland oder Ausland kommen. Und zuletzt, jetzt zu dem Punkt, zu dem ich eigentlich reden wollte, jetzt ist ja fast vorbei die Zeit, es geht um diesen Antrag zum Arbeits- und Gesundheitsgesetz. Das klingt sehr kompliziert. Tatsächlich geht es darum, dass wir heute den Schritt in Richtung eines One-Stop-Shops starten, eines Pilotversuchs, der in Salzburg stattfinden soll. Was passiert hier? Menschen, die es am Arbeitsmarkt schwer haben, die vor allem in Problemlagen sind, die ihnen die Arbeitsaufnahme erschweren. Das kann ein familiäres Problem sein, das kann ein Schuldenproblem sein, das kann ein psychisches Problem sein, künftig an einem Ort, an einem Platz entsprechende Unterstützung, Beratung und Hilfe bei der Bewältigung ihrer Probleme bekommen, damit es einen leichteren Zugang und eine leichtere Möglichkeit gibt, möglichst rasch wieder in einen Arbeits- und Erwerbsprozess zu kommen. Das beschließen wir heute. Wir schaffen die rechtlichen Möglichkeiten, dass das Bundesministerium für Arbeit, das Bundesministerium für Soziales und die BVA die entsprechenden Einrichtungen finanzieren können, diesen One-Stop-Shop. Der Pilot wird in Salzburg starten. Wir sind sehr gespannt und wir sind sicher, es wird eine deutliche Verbesserung der sozialen Situation von Arbeitssuchenden, die Schwierigkeiten haben, bringen. Danke. Sagt Markus Kotzer von den Grünen, er stellt den die sogenannten One-Stop-Shops für Personen vor, die Probleme haben, eine Arbeit zu finden. Bei dem Pilotprojekt, das in Salzburg starten soll, sollen Menschen an einem Ort Unterstützung, Beratung und Hilfe bekommen. wo wir uns nicht ausführen können. Aber wir haben nicht das Problem,